Hallo Freunde, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ja, äh, letzter Run haben wir ja ganz gut hinbekommen. Äh, ich hab schon ganz viele Runs wieder probiert aufzunehmen, aber das leider nie geschafft. Äh, wobei, der letzte Mal, den ich quasi aufgenommen hab, den ihr aber nicht seht, es war ganz gut, ich hatte richtig gute Items, so, aber, ich hab dann ab dann, äh, super, Schaden bekommen, ne, ich hör auf. Äh, ich hab dann, äh, aber, bin auf die Taste F gekommen und das Spiel geht dann in den Fullscreen und da ich ja mit Action im Fenstermodus aufnehmen muss, weil es nicht anders geht, äh, hat's halt dann alles kaputt gemacht und die Datei war Schrott und ich konnte sie nicht retten und deswegen konnte ich den Run nicht weiter, äh, machen. Das war ärgerlich, weil er war wirklich gut, also, wir hatten Firerate up und so und shit, Damage up, war nicht schlecht. Ups, ausstoßen, äh, die gibt's uns Herzen, dich nehmen wir. Dich nehmen wir, hallo, Kiste. Ah, ich hasse euch. Na, genau deswegen, ihr Glitch, da, seht ihr, dass die Glitchen richtig behindert über die Kacksteine? Das ist Kacke, das ist, damn it. Und wer bekommt denn noch was dafür, ey? Oh, Mann. Warte mal, ich, heilt der mich ein halbes Herz oder ein ganzes? Wüsste ich mal gerne. Der Sound ist wieder mal, ja, what the fuck, Alter, eben nur mit den Gegnern, Alter. Komm, irgendwo, springt mir, aber nicht ins Gesicht, bitte. Oh, jetzt, hab ich so Angst, da noch oben zu gehen, zu denen, weißt du? Ja, ja, genau deswegen, ja, 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 ja. Okay. Puh, so, komm her, zeig dich. Ja, danke. Zack, 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 oh Gott. Eine Karte, eine Karte, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh nein. Okay, ich halte nur zwei Schüsse aus, das ist noch im Rahmen des Okayen. Das Okayen. Komm. Schade, nicht geheilt geworden. Nicht geheilt worden. Wir haben drei Bomben, wir könnten auf den Raum herkommen. Ich spreng hier die Karte frei. Das mach ich. Oh, nice. Zwei blaue Herzen. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir könnten dann auch in den Sacrifice gehen, aber erst nach dem Boss. Ihr kennt das ja. Widow, okay, Widow sollte soweit kein Problem sein. Spawn halt unmenschlich viele Gegner. Ja, 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 mach weiter. Boah, wir schießen extrem langsam, ey. Wir können auch gar nichts richtig hier ausrichten. Das ist so kacke. Okay, nice. Nice, das Herz. Okay, super. Okay, nimm mal ein halbes Herz, haltest uns. Oh, du bist verbuggt, oder was? Und es sah es gerade so aus. Ich muss schauen, dass ich die Dinger immer gleich kaputt kriege. Außer er tritt selber drauf, dann. Äh, ne? Macht er sich halt selber kaputt. Komm, mach kaputt. Okay, ich muss ihn quasi immer da hinlocken, dann geht das auch. Weil er springt ja immer da selber hin. Also da hin, wo man steht. Ich rede schon wieder wirres Zeug, merke ich. Ah! Okay, dieser Heil, also diese Federmaus, die uns heilt, die heilt also nur auch in rote Herzen. Ist ja auch nicht klar. Ne? Aua. Keine Ahnung, warum ich da gerade was anderes gedacht habe. Nice, okay. Achso. Oh, ich muss ihn noch kaputt machen, sonst spuckt er. Ach, komm. Schrott. Schrott. HP ab, oder? Ne, Tears ab, oder? Ich weiß es nicht. Range und Tears ab. Ja, kann man so stehen lassen, ne? Kann man. Oh, ah, Geheimraum. Oh mein Gott. Nice, okay, gehen wir. Geheimraum, sehr schön. Ist ja hier angrenzt, ist immer geil. Okay, nice, Geld. Das ist nicht schlecht. Jetzt verlieren wir zwar wieder ein ganzes Herz, aber es hat sich gelohnt, denke ich mal. Doch, doch, doch. Bläuherzen sind in meinen Augen eigentlich nie so wichtig, deswegen. Trotzdem haben wir keinen Schlüssel für die nächste Ebene. Und das ist kacke. Das ist Mist. Ah, ich darf schon wieder sehen. Wir sind aus einem Erd, uns fehlt es einfach an Geschwindigkeit. Okay, Range und Tears ab, das ist ja schon mal nicht schlecht, so, ne? Tears ab erhöht ja die Feuerrate, also, ne? Also, das ist gar nicht, ich hab ja immer gedacht, Tears ab, äh, macht halt den Damage hoch. Aber Tears ab ist wohl nur die Feuerrate. Aber es gibt ja eigentlich auch ein Firerate ab, deswegen, weiß ich nicht. Genau wie das Ganze jetzt hier, also was, was jetzt wirklich ist, frage ich mich da manchmal. Wir haben keinen Schlüssel, ne? Komm. Zack. Komm, zack, okay. Blauer Stein, ja, wir haben zwei Bomben, komm. Wenn du mein Glück hast, gehst du mit. Jo, läuft. Boss, Boss. Wir könnten direkt zum Boss? Ne, noch nicht, lass mal nicht. Lass mal nicht machen. Ne, ne, ne. Hi. Da du keinen Schlüssel, wir warten noch, bevor ich wieder irgendwas... ...voreilig in die Luft springe, da brauche ich eine Bombe für irgendwas, ey. Äh. Soundbuck, eventuell, weil... ...machen die nicht erst das Geräusch, wenn die... ...ja, so anders sich... ...also, wenn die ihr Aussehen verändern. ...loll. Ich sag mal nichts dazu. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ihr seid... ...fies. Ey, die kriegst du auch nicht getroffen, ne? Ja, genau deswegen. Ah, okay. Ich kann dich hier durch... Ja. Mein Schuss durchgegläst. Lustig, ne? Ja, hier ist auch eine Kiste. Hm. Was tun, was nehmen. Was tun, vor allem. Arcade-Roon. Ah, ne. Da waren wir zu wenig Zeugs. Dass dich nicht lohnen würden. Tun. Komm. Komm. Oh, ne Pille. Ja. Ja, gut Glück. Tier ist dauernd. Ihr seid so arsch, ne? Ihr seid so arsch. Ihr seid so richtig arsch. Seine Herzen liegen genug da, also. Oh, was ist das denn? Gappi's Paw. Äh. Und du mir sagen, was das tun? Bitte. Weil ich nicht wissen, was das tut. Scheiße. Äh. Mr. Mega. Ja, es appeared in der Bay. Okay. Cool. Speed. Sag mal. Diese Pille, aber. Ich hab Pille nur Pech, ne? Also, ich hab oft bei Pille nur Pech, also. Ey, wir sind. Was macht denn das? Könnte mir das einer sagen? Bitte. Ich kann ja gar nicht lang. Ja, Boss. Oh, den Boss schaffen wir nicht, oder? Äh. Ich würd sagen, wir setzen einfach mal ein, oder? Okay. Okay. Das ist nicht schlecht. Okay. Was heißt nicht schlecht? Blaue Herzen, ne? Wenn die weg sind, sind sie weg. Das ist schlecht, natürlich. Aber die blauen Herzen... Boah, wir sind so richtig langsam, ne? Ach, das Ding hat auch gar keine Aufladung. Seh ich gerade. Okay, der Boss ist trotz langsam. Ist also das Problem. Komm. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Ah, ist die Frage. Wie setzt man das am besten um mit Gapis Power? Das gibt mir... Also, soweit ich das gesehen hab, für ein rotes Herz krieg ich... Krieg ich drei... Drei weiße. Äh, blaue. Nicht weiße. Weiße sind ja anders, ne? Ich weiß nicht. Lohnt sich das? Okay, ich muss aufpassen hier bei dem Typen, ey. Ja, durch diese Speed Down und Dings Down, ne? Ist schon ein bisschen kacke jetzt. Gut. Cube of... Ach ja, Reiter. Cube of Meat ist ein Muss. Wir könnten natürlich voll auf blaue Herzen gehen. Dann würden wir quasi... Ein bisschen als Blue Baby spielen. So, halb. Und wir müssen den scheiß Ding... Ich hätte den... Einen Schlüssel. Ich hatte gar keinen Schlüssel, ne? In Arcade Room komme ich auch nicht, oder? Außer wir haben... Warte mal. Wir können probieren. Wir haben auch keine Bombe. Ja, super. Dann können wir es gar nicht probieren. Wer hätte sonst gedacht? Wir probieren, neben der Arcade Room... Den Geheimraum zu finden. Wenn er da ist, dann ist er ja offen. Deswegen erkennt man da rein. Trotzdem. Schade. Okay. Wir sind langsam... Haben ein Item, was uns blaue Herzen... Für ein geopfertes Rotes gibt. Ja, Glitch halt. Läuft bei der. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay, wir sind sehr, sehr langsam. Gut, die Range ist nach wie vor erhalten geblieben. Immerhin eins, was wir bekommen haben. Der Rest ist ja quasi komplett weg. Scheiße. Ah, okay. Habt ihr ihm... Ja gut, das wäre eine Notlösung quasi dann. Also, lass mal nicht machen mehr. Die Sachen, weil... Wir können blauen Herzen ja so weit nicht mehr auffüllen. Wenn wir jetzt ein Item hätten, was uns... mehr blaue Herzen verschafft, dann okay. Dann würde es dir sogar lohnen, aber... So echt nur im Notfall quasi, wenn wir noch ein rotes Herz haben quasi, dann... Ach komm, ihr seid fickig, ey. Oha. Okay, du bist da quasi eingesperrt. Ein Trinket. Keine Ahnung, was das macht. Weiß ich nicht. Ey. Langsam und... Ah, gab es ein Po. Dammit. Dammit. Ach, du dreckige... Ach, das ist okay. Das ist... Wow, ein Schlüssel. Itemraum. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Oh, was ist das? Tears up. Das macht Shot Speed. Ja. Shot Speed ist erhöht worden, aber sonst... Vielleicht noch ein bisschen der Damage, aber... Aha. Äh, wie mache ich das? Oh Gott, oh Gott. Ach, komm. Okay, das... Okay, jetzt habe ich... Gut, ich habe es jetzt einfach getan. Mal gucken, ob sich das jetzt gelohnt hat. In Anführungsstrichen gelohnt. Ja, klar, jetzt habe ich... Wie viel? Sechs, ne? Ja, sechs. Okay. Muss natürlich aufpassen. Vielleicht war es dumm. Vielleicht war es wirklich dumm, aber ich hatte jetzt... Ich hatte jetzt... Ich hatte jetzt... Ja, komm. Boah, das ist hier jetzt... Das dauert jetzt hier der Raum ja ewig, Mann. Ach, kacke. Wir können kaum ausweichen. Okay, wir haben Kill of Meat ein bisschen als Schutz, aber... Dammit. Was zum Teufel war das gerade? Äh... Tö, what? Woher kam das jetzt? Wow! Was war denn jetzt los? Heilige Scheiße. Äh, keine Ahnung. Ich hoffe, dass... What the fuck? Shop. Ne, okay. Jetzt bin ich ein bisschen abgelenkt, Alter. Fuck, Mann. Was war denn das jetzt? Ihr habt wahrscheinlich gesehen, die ganzen Sachen, die ich gerade hochgemacht habe, aber egal. Äh... Ist ja kein Geheimnis da. Die Sachen. Die da gerade zu sehen waren. Äh... Okay. Scheiße. 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 Alter. Alter. Ey, ne? Was willst du bei so einem Raum machen? Ohne Witz. Komm, ich will nicht... Und Elstern habe ich nicht Lust, heute wieder mehrere Runs probieren aufzunehmen. Hat mich die letzten Tage schon so genervt. Shop mit zwölf Münzen. Ey. Das wird zu gar nichts, ne? Das wird zu null. Wir könnten mit der Bombe den Geheimrum suchen. Wir könnten mit der Bombe den Geheimrum suchen. Naja. Was haben wir hier? Näh, Alter. Näh. Lass mal bleiben. Das Problem ist allerdings, im Shop haben wir, glaube ich, nicht so die große Chance auf irgendwas. Was? Ja, sag ich doch. Gut, blaues Herz. Nett. Toll. Jetzt haben wir hier keine Bombe. Ärgerlich. Nehmen wir und das Trinket... Äh, hier. Death. Okay, Death tötet den Boss so halb. Könnte uns retten. Fürs Erste. Wir gehen in den Boss. Und dann mal gucken, ob wir vielleicht noch in den Kampfraum gehen. Ich bin mir nicht sicher. Je nachdem, was der Boss jetzt sagt. Oder ist. Okay, das bist du. Okay, fuck man. Naja, gut, zur Hälfte schon mal. Ist abgezogen. Okay, du schießt ja nur, ne? Damage scheint ganz gut zu sein. Ja, Damage, ja doch. Also, ich finde... Ah, ich lass mich hier von zuerstes Zeug treffen, Mann. Okay. Ah.